Nein! Zu schnell! Die kriegen zu schnell wieder Wolle! Kann man ja irre werden. Kennt ihr den Film oder das Theaterstück einer Fluggeberskuckucksnest? Das habe ich mir nämlich letzten Donnerstag angeguckt und das nur zu empfehlen. Also, ansonsten bin ich immer nicht so ein Theaterfan, ja. War auch sonst, wenn höchstens, der Schule wegen im Theater. Aber ich muss euch sagen, das ist einfach, das war echt so hammergeil gemacht, ey. Also richtig lustig, ja. Teilweise war es traurig. Ja, vielleicht doch so ein bisschen, ja. Also nur zu empfehlen, ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht dort hin. Und, na gut, wir hatten gerade Theatertag an dem Tag. Was haben wir bezahlt? Für fünf Personen 26 Euro? Das ging tatsächlich auch. Wenn du überlegst, was du für Kino bezahlst, dann vielleicht noch 3D. Das ist schon krass, wa? Ich hab viel Wolle! Oh mein Gott! Können wir ja als... Mir fällt kein buntes Wesen ein. Ah, vergessen wir das. So. Zwei Bilder will ich haben. Dann nehmen wir hier einfach mal vom Wasser mal am meisten hier von hellblau. So. Und wir haben keinen Platz mehr. Äh. Puh. Ja gut, die Bilder sind ja eklig. Nicht da weg. No. Ab. Geh ab. Stabil die Dinge, wa? Ach, jetzt geht das hier da los. Warum braucht man denn so lange, um die abzuschlagen, bitte? Hm. Aber es gibt doch dreimal zwei Bilder, oder nicht? Gibt es nicht? Komm, enttäuscht mich nicht, Junge. Das ist echt nur die. Kann sein, wa? Wir müssen uns ein anderes Bild da. Stimmt, das nächstgrößere wäre dann... Na, wir können das auch eigentlich. Ich glaub, so große gibt es, ne? Ach. Ach, Mann. Wie geht das wieder los, ey? Oh, 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 oh. Greichst du denn das bitte? Ja, was ist denn... Wo setzt man die denn hin? Ich glaub, ich muss die irgendwie unten setzen. Komm, es gibt doch wohl so große Bilder. Und dann immer wieder dieses Aufsammeln, ey. Habe ich denn noch zufällig gekommen? Wir machen mal ein paar mehr Bilder. Damit ich hier nicht ständig wieder die Bilder einsammeln muss. Kann man auch aus verschiedener Wolle? Schade. Ein bunter Mischmasch. Gedöns. Ich hoffe, ich krieg wegen dem keine Probleme. Das ist von KST-Beats. Ah, ne, das hab ich schon mehrmals erinnert. So, warte mal. Von Hellbo haben wir am meisten. Ein, zwei, drei, vier. Eins, 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 zwei, drei, vier. Ja, da guckst du, war? Geht nicht auf! Hä? Aber das war doch anders. Ach, Mann. Das waren doch großen Stickies. sind durchspiel schon seit drei jahren mein kauf ich weiß immer noch nicht wie ein bild geht nur ein stück gehen das ist dunkel übrigens sind die monster hallo ist ja für mein körper einspringen sie besitzt doch kein kein monster unsere laternen gut für sein bob passt auf aber das ist ja immer mit seinen schafen beschäftigt jetzt lass mich doch mal jetzt mit dem bild ansetzen also mir gibt es echt nicht so große große bilder geben oder nicht ich will keine klein das ist echt ich will jetzt bilder hierhin haben das passt so schön oh gott ja wir kommen zu einer dreistündigen minecraft special folge wir versuchen hier schon seit tagen ein bild an die wand zu bringen ja gibt doch bald 24 stunden live stream da versuchen wir es weiter und wenn wir es irgendwann geschafft haben dann zerstöre ich ja alles es zu das ist doch nicht ernst oder was es gibt doch dreimal drei bilder oder nicht ich versuche jetzt hier unten ein großes bild aufzuhängen es gibt große bilder ich weiß es aber warum willst nicht warum mache ich irgendwas falsch wo muss ich die hinsetzen muss ich die wirklich in die mitte setzen ich verstehe nicht ich bin überfragt das wären immer nur die zwei mal zwei bilder dabei hat der hier doch genug platz er hat 1 2 3 4 5 mal 4 das ist 4 mal 4 das muss 3 mal 3 mal 4 geben oder nicht wo ist denn das eben hingesetzt da verabend das ist natürlich auch schön ne passt aber auch nicht hin das ärgert mich ich will sachen auch schaffen wenn ich sie mir vornehme das ärgert mich das ärgert mich das war zu groß es gibt keine es gibt echt nur das ist 4x3 es gibt keine 3x3 bilder ok ich lasse es jetzt ich schaue hier nach mal schaue ich mal ob es 3x3 bilder gibt überhaupt weil nicht dass wir hier wirklich ewigkeiten damit verbringen so ein bild aufzuhängen und dabei gibt es so ne großen bilder gar nicht so einmal checken ist hier böse monster irgendwo Katrin halt klar gut kackt man hier nicht zwischen die sitze ne die gläubigen beschweren sich dann wieder was da so komisch müffelt und dat wollen wir ja nicht so ich würde sagen wir machen einmal ganz kurz taschenleeren die ganze wolle stresst mich jetzt schon so ein bisschen und außerdem geht es ja relativ fix hier nach oben und dann machen wir noch ein kleiner westdown weg hier hin und dann läuft das auch übrigens warte mal 1 2 3 es müsste heute ist heute ist heute ist erst am mai ja schönen feiertag wünsche ich euch macht euch einen schönen freien tag macht was ihr wollt was ihr gerne macht trinken, saufen, feiern ja gut okay das muss nicht sein aber müsst ihr hinhauen oder? ja ich glaube schon die folge müsste am ersten mal kommen wenn mich nicht alles täuscht lol moment hellgrau rosa 3 rosa wolle noch hellgrün so 5 scheren dabei lauch äh gravierl haben wir ja 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 okay jetzt habe ich noch ein bisschen graue Wolle entdeckt aber ist ja jetzt hier ne so so wetstone break jetzt bist du an der reihe ja jetzt haben wir unten noch ein bisschen platz ey das würde doch so schön passen das sähe doch richtig cool aus hier so es gibt keine 3x3 bilder ey das ist doch hm hm hätte ich jetzt gedacht oh das ja ne das wollte ich jetzt gar nicht verdammt egal das wollte ich gut schauen wir mal also wir müssen erweitern nach hier hinten ja hier so ein bisschen dann würde ich mal sagen machen wir hier ein lämpchen und wir machen hier ein lämpchen so 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 das war es dann auch ne ja jetzt müssen wir mal schauen wie wir das ganze hier verbund verbinden wie tief bin ich denn hier ah verdammt hä wo bist du denn angeschlossen nach hier hinten ne wie ist das denn hier kabelloser Anschluss boah für geil so also hier müssen wir weiter ne joa können wir auf der Höhe bleiben joa können wir also wir müssen erstmal ein ganzes Stückchen hier lang hüpf hüpf so so da werden wir auch dann nehmen wir das mit son her reicht das signal soweit ich weiß es nicht wo ist denn der letzte repeater sehe ich den von hier ne naja so und dann geht es nach hier so und nach da so so okay also ich denke bis hierhin werden wir wohl noch ne Verlängerung brauchen äh äh moment ich will nur mal ganz schnell schauen lol das geht gar nicht mehr bis hier oder was ah scheiße das geht ja gar nicht moment so oh so so geht das auch bis hier nein natürlich nicht okay boah das ist die Kula dann ey ich dachte schon was bewegt sich da in der Kirche gut verkleiden machen wir ach komm machen wir gleich Gravel und Dreck ähm ähm wo war denn jetzt überall Gravel ja machen wir mal so ähm okay 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 dann immer so und dann machen wir hier dicht jo okay dann hätten wir das schon mal dann müssen wir eigentlich hier noch nur noch einen Weg hinziehen ähm ja erstmal das Gras hier weg so ein Weg hier noch hin so 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 vielleicht ne oder nicht ja doch und dann können wir hier kommt noch Stiefchen hin haben wir hier noch einen ja so okay die Lampe die kommt die kommt die kommt die kommt ja hier äh hier so haben wir noch eine ja vier haben wir noch muss ich mir echt mal merken dass ich mir nochmal anschaue wie man das Ding hier craftet ne ansonsten wird's bisschen doof so schauen wir mal wo bist du hier verbunden gar nicht ist auch wieder wireless da ist es äh pff das ist jetzt natürlich doof Moment wir können hier so man muss mal gucken wenn ich jetzt hier weiter baue dann kriege ich das Ding hier kein Signal mehr da